Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Etwas ist schief gelaufen bei Captain Tollpatschs Sumpftour. Ein Sumpfmonster hat Familie Gutherz erschreckt. Sumpfmonster? Aber das Schlimmste... Oh nein! Jetzt steckt die Bürgermeisterin im Treibsand und Captain Tollpatsch geht nicht an sein Handy. Aber Ryder, wir haben Ebbe zu dieser Tageszeit. Und das Wasser ist zu niedrig für den Sea-Patroller. Das stimmt, Zuma. Deshalb ist dies ein... ultimativer Sumpfwassereinsatz. Ein ultimatives Ab-ins-Wasser! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Roll! 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 Zuma! Roll! 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 Mein Pro-Pad hat hier einen ganz schlechten Empfang. Es zeigt mir nicht an, wo unsere Freunde sind. Chase! Such mit deiner Flugkamera nach Hinweisen! Rush! Flugkamera! Fußabdrücke! Ich wette, die kleinen stammen von Julia und Julius. Und die größeren müssen der Bürgermeisterin gehören. Sehen wir uns das an. Folgen wir der Kamera! Ja! Da sind sie! Frau Bürgermeisterin! Julia! Julius! Ja! Da ist die Paw Patrol! Ich wusste, sie würden kommen! Rubble, zieh die Bürgermeisterin mit deinem Wassergleitbord raus! Rubble ist der ultimative Retter! Puff, Puff, Wassergleitbord! Okay, Frau Bürgermeisterin, krabbeln Sie jetzt vorsichtig auf das Brett! Puff, Wassergleitbord! Kommt zurück! Oh, danke, Rubble! Meine Nichte und mein Neffe würden sagen, voll super cool! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol of Nickelodeon an!